Ja, gestern Abend wurde in Berlin der rote Teppich ausgerollt. Grund war der New Faces Awards, der Award, bei dem der Nachwuchs der Filmbranche geehrt wird. Ja, und wer hätte das gedacht? Während der eine die Party fast verschlafen hätte, sucht der andere nach der großen Liebe und die Nächsten wollen im Frühling ein Baby. Hui, und jetzt noch mal bitte der Reihe nach. Tja, hoffentlich gibt es gleich bei Ihnen Freudentränen. Das ist nämlich unser heutiger Gewinn. Es gibt einen Sony-Brabia-LCD-Fernseher und es gibt von Wundschokolade.de. Ganz gemein, aber hier kommt die Frage zum Glück, dann können Sie auch wieder lachen. Wohin begeben sich denn unsere Teenies gerade in ihrer Wochenserie? Auf eine Zeitreise zurück in den Bauernhof oder auf den Bauernhof oder doch ins Luxushotel? 01379 44 6000, das wäre wie immer die richtige Nummer. Wir drücken die Daumen, bis gleich bei Taff. Ja, außer das gleiche Wochenende ist, gibt es vielleicht zusätzlich noch was anzustoßen für Sie. Das ist nämlich der heutige Gewinn. Es gibt einen Sony-Brabia-LCD-Fernseher und wundschokolade.de. In unserer Wochenserie begleiten wir die Teenies zurück in eine Zeitreise, auf den Bauernhof oder doch ins Luxushotel. 01379 44 6000, das wissen Sie doch. Und gleich wird es bei Taff hot und sehr sexy. Sie müssen sich nur wenige Minuten gedulden. Dann zieht Daniel Aminati sich aus. Bis gleich. Nein.